Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen, erster Mal in die Runde. Bitcoin bei 28.470 US-Dollar, wenig Veränderung. Gut, es ist Wochenende, wir haben Sonntag, neue Psy-Range. Das werden wir uns auf jeden Fall gleich nochmal im aktuellen Video anschauen. Doch bevor wir starten, Freunde, wie immer, gerne dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Gerne auch einen Kommentar mit möglichen Altcoin-Wünschen, die ihr vielleicht für nächste Woche habt. Unten reinschreiben und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Und wenn ihr Bock habt auf Signale, Sonstiges, kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 28.460 US-Dollar. Ihr seht weiterhin keine höheren Hochs. Wir befinden uns weiterhin an der Oberkante unserer Range, die wir seit ungefähr knapp zwei Wochen ausgebildet haben. Hier gibt es momentan sehr, sehr wenig Änderungen. Deswegen gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Time-Frame. Machen unseren Traders-Reality-Indikator an. Wenn er denn funktionieren würde, natürlich nicht. Ich muss erst aktualisieren. Es ist immer so, wenn man was zeigen will, dann funktioniert es nicht, so wie man zumindest will. So, dann jetzt aber Daily-Time-Frame. Wir gehen runter auf den Stunden-Time-Frame, schauen uns das Ganze nochmal an, zoomen rein und schauen uns mal an, wo unsere Psy-Range jetzt eben momentan liegt. Die liegt zwischen 28.553 und 28.360. Das heißt, wir haben momentan eine 200-Dollar-Range. Das ist natürlich absolut für Müll. Wir sehen aber auch gleich, okay, wir haben hier noch ein paar Vector-Candles nach unten hin zu füllen. Die eine geht bis ungefähr 27.933 US-Dollar auf den 1-Stunden-Time-Frame. Und wenn wir jetzt den Indikator wieder ausmachen und uns einfach mal ein ganz einfaches Tool nehmen, und zwar das FIP-Level, und das mal so nach oben hin ziehen, sehen wir auch, okay, perfekt. Golden Pocket liegt bei 28.015 bis 27.970 und ihr habt es gerade gesehen, bis dahin geht circa unsere Vector-Candle. Das heißt, hier unten bin ich momentan ein bisschen am Überlegen, beziehungsweise direkt schon am 0,5er, weil ihr habt es alle mitbekommen, die letzten Trades wurden alle entweder teilweise erst später abgeholt oder dann wirklich minimal nicht abgeholt. Deswegen bin ich hier am Überlegen, direkt schon am 0,5er einzusteigen und dann nochmal am Golden Pocket, das heißt, zwei Positionen zu eröffnen. Dann einfach die Positionsgröße, mit der man normal reingeht, einfach zu halbieren, einfach um hier einen besseren Entry zu kriegen oder überhaupt abgeholt zu werden. Das ist momentan so ein bisschen der Plan, das heißt, runter ins Golden Pocket, Fake-Out aus unserer Psy-Range, laut Traders Reality, runtergehen, nochmal ein Retest von eben diesem kleinen Downtrend, den wir hier gebildet haben und dann Break-Out nach oben hin. Das ist momentan, für mich sollte eben dieses Szenario ausspielen, das Wahrscheinlichste und dann sehe ich auch nochmal Kurse bis ungefähr 30.000 US-Dollar, einfach um die Liquidität, die wir hier oben angesagt haben. Das haben schon des Längeren nochmal abzugraben und dann möglicherweise eben unseren 15-20% Rücksetzer zu bekommen in Richtung 25.000 oder 24.000 US-Dollar. So, jetzt blicken wir aber nochmal rüber auf den Binance-Chart. Einfach wegen den Daily-Closes will ich hier nochmal ein bisschen was zeigen, was ist wichtig, wo sollten wir drüber schließen. Da sehen wir auch, okay, die letzten Tage wenig Veränderungen, auch hier Daily-Close macht meines Erachtens nach wenig Sinn. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir über 28.000 US-Dollar schließen, so der erste Step, beziehungsweise mindestens hier über den 27.200 US-Dollar. Sehe ich jetzt momentan erst einmal nicht, dass wir da drunter schließen. Bullisher Case, Close über 28.000 US-Dollar, ansonsten wäre es Bombe, wenn wir über 27.200 US-Dollar schließen und dann natürlich auch noch den Weekly-Close, auch natürlich nicht zu unterschätzen. Auch hier schauen wir uns das mal ganz kurz an. Wichtig wäre auch hier 28.000 US-Dollar. Das heißt, wir müssen auf dem Weekly laut Binance-Chart die 28.000 US-Dollar halten, um einen Bullish-Close zu haben. Weil ansonsten besteht nämlich jetzt hier die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir haben hier oben die Liquidität abgegrast, tieferes Tief und dann gehen wir gleich Richtung 25.200 US-Dollar. Und ich habe es ja schon letzte Woche dazu gesagt, wir haben hier noch einen schönen fetten Vektor, den es auf dem Weekly noch abzuholen gilt, muss aber nicht komplett abgeholt werden. Ich habe gleich dazu gesagt, die 25.000 US-Dollar würden reichen oder sogar hier die 24.200, einfach um, sage ich mal, diesen Ineffizienzbereich zu füllen. Weil hier in diesem Bereich haben wir ja schon in der Vergangenheit mal getradet. Also es muss nicht, wir haben es im Livestream, glaube ich, letzte Woche mal einmal angesprochen oder diese Woche halt, dass solche Vektoren nicht immer zu 100% gefüllt werden. Deswegen 25, 24k passt auch sehr, sehr gut auf dem Weekly-Timeframe und das heißt für uns, auf dem Daily 28k halten, auf dem Weekly 28k halten, ist heavy, aber ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Gut, das war es jetzt erst einmal zu Bitcoin, wie gesagt, kurzes Update, trade-technisch, wie gesagt, warte, ich mache nochmal den Indikator hier ganz kurz aus. So, wäre dann hier mäßig zwischen 28.180 und eine Entry zwischen genau 28k, wo unser Golden Pocket derzeit liegt. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum, auch hier seht ihr, es hat sich weiterhin echt nichts getan. Das Szenario von gestern gilt meines Erachtens nach weiterhin, höheres Hoch müssen wir bilden, mit einem Close drüber, um bullish zu sein. Das heißt, dann sind auch Kurse hier bis 1950 oder 2031 US-Dollar möglich. Hier oben, die blauen Linien haben den Hintergrund einfach wegen den Ineffizienzen, die wir hier oben noch liegen haben, beziehungsweise diese letzten Hochs. Wird aber nur interessant werden, wenn wir hier mindestens ein 4-Stunden-Close endlich mal über diesen Bereich bei 1840 bekommen. Kriegen wir den nicht, kriegen nur einen WIG, dann ist es bearish und dann glaube ich, dass wir nochmal die Unterkante unserer Range momentan testen. Hier lohnt sich meines Erachtens nach eher wenig hier irgendwie in den Trade reinzugehen. Natürlich auch hier ganz kurz Indikator anmachen, haben wir einen Vektor bis ungefähr 1793, das können wir gegebenenfalls mal im Blick behalten. Würde ich jetzt aber auch hier ehrlich gesagt nicht meinen Arsch drauf verwetten. FIP-Level dazu würde wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich zu Stimmigkeiten führen. Ne, seht ihr auch, okay, 1805, 1803. Da ist vom, ich sage jetzt mal vom Prozentualen, ist deutlich mehr Luft, als bei Bitcoin mit dem Vektor eben übereinstimmen. Deswegen würde ich hier Finger lassen von Ethereum, würde eher reingehen in Bitcoin und da lieber meine Aufmerksamkeit darin widmen, anstatt in Ethereum. Aber wie gesagt, auch hier grundsätzlich nichts geändert. Weiterhin eher, wenn wir jetzt die Linien hier ein bisschen verbinden, Downtrend und natürlich keine höheren Hochs. Hat natürlich auch ein bisschen mit dem Wochenende zu tun. Wenig geringe Umsätze sieht man am Volumen. Ja, das war es eigentlich zu Bitcoin und Ethereum. Ich habe ja gestern schon im Marktausblick darüber gesprochen, dass ich eher nächste Woche von der Bullischen Woche ausgehe. Natürlich auch mit einem Rücksetzer, aber einem Bullischen Rücksetzer, um dann gegebenenfalls, sage ich mal, heute neue Höchststände zu sehen. Schaut euch deswegen gerne den Marktausblick an. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Werden natürlich auch auf dem DAX und die ganzen anderen Tech-Werte und sowas. Shield, guckt da gerne rein. Und heute Nachmittag kommt dann noch, ich glaube, die Intel-Analyse und morgen früh kommt dann die Google-Analyse auf den Zweitkanal online. Also auch hier, Link unten in der Videobeschreibung. Gut, dann gehen wir noch rüber zu den News, die ich, wie immer ihr kennt, nicht aktualisiert habe. Gibt es momentan auch noch keine. Gut, dann war es das von meiner Seite. Damit würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag in die Runde. Macht was draus. Genießt das Wochenende. Und morgen starten wir mit aller Frische neu in die neue Handelswoche rein. Gut, das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay cool.